Ach, komm her! Hör auf mich zu verarschen, komm her! Das ist nicht schon wieder. Hallo, was ist denn hier los? Ach, ich sehe schon. Alter, was? Hör auf mit dem Scheiss! Kommt die blöden Hunde hier! Stirp! Ach, das geht so nicht. Wir erschießen hier die ganze Zeit! Hör auf mit dem Scheiss! Wo ist denn? Da ist doch keiner! Da und da! Oh Scheiss, ich bin fast tot! Verdammt! Jetzt habe ich es nur mit diesen Scheiss-Campers! So! Knauze da oben! Ja, der muss warten. Ich muss mich erstmal wieder aufrüsten. Boah, das war knapp. Okay, der ist da. So! Okay, das geht nicht auf. Hier ist auch nichts mehr. Ach, da habe ich noch was übersehen. So! Dann noch das hier ansammeln. Nichts und rechts. Na! Yippie! Yay! Schätze! Da freue ich mich aber! Oh ja! Decker Baum! Ja, ich bin ja da! Ja, hi! Ah, schön! Scharfschütze! Okay! Okay, jetzt sind wir voll! Ja! Guck, das ist auch alles voll! Ah! Scharfschützengewehr! Oh ja! Oh! Schon wieder ein neuer Gegner! Hallo! 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 Ja, scheiße! Du sagst es! Ach! Haben die ihn weggefetzt! Die sind voll Deppen! Mal schauen, wie viel Schaden macht das hier! Ja, was ist das denn? Jetzt lass doch mal die Tür auf! Lass die Tür auf! So, warte mal! Ähm, sieben! Och, ey! Verpiss dich! Wow! Oh! Bleib weg! Bleib weg! Puh! Steh! So! Nein! Bleib weg! Was? Oh! Oh! Ja! Ja! Ich stehe auf! Ach, Bilder lag Okay, hier ist noch Irgendwo einer, da War's das? Ähm, ja Gut Ja, was bringt das denn? Ich sehe noch irgendwo eins Da oben Mist So Da ist noch eins Okay, da oben ist keins Was bringt das denn? Ich sehe noch irgendwo eins Da Ja Eine Rüstung, okay, aber wo ist das? Ach da Ah, schön Alles klar, gehen wir mal weiter Ja, das mag niemand Ja, ja, den darf ich auch mal treffen, damit der nicht diskriminiert wird Wir wollen ja fair bleiben Mehr oder weniger Ach komm, was willst du denn? Du, du, du Ah, das hättest du dir wohl so gedacht, hä? Wo ist der? Wo ist der? Ah, da ist kein Problem So, und ich mache damit weg Mist Ah Okay, da ist keiner So Patschi Ja, ja, selbst verniesen Töt dich jemand So bin ich halt So Und jetzt bist du dran So Oben ist noch einer Gewesen dann Lalalalalala Okay Kaup Только Dann Und Dann Und Hier kann ich einen Minigun Äh, was? Was haben wir getroffen? Ach, ach. Ah, da ist der, okay. Hm, naja. Ach, noch mehr. So, was ist das hier jetzt mit diesen Typen da? Och. Das hat mich... Ach. Oh, diese scheiß Campos. Wieder einer. Ja, das ist so einer. Yay. Ach, halt da. So, kann ich jetzt mal den da wegmachen? Das ist ein Minigun-Heini da. Den da. Ey, wieso springen die Ganze zu hoch? Ah. Wo geht denn, Heini? Stirb. Und jetzt ist Ruhe. Schön. Weniger schön. Komm her. So, das kann ich noch zerstören. Das da, so, da könnte ich eine Hand auch. Oder geht das? Ne. Dann brauche ich dafür eine Kiste. Schätze mal, ja. Ach. Zieh mal einen an. Okay, warte. Den schmeiß ich mal da hin. So. Oh, nicht schon wieder so eins. Wer verpackt denn diese Hunde in die Kiste? Das ist eine klare Qualerei. Wenn es nicht so ein Mistrecher wäre. Tschüss, Zombie. Wie ist so eine hässliche Maske da? Naja. So. Zack. Komm jetzt du. Granaten. Na, gib her. Alles klar. Dann wollen wir mal hier aufräumen. Wow. Das hat es eigentlich gebracht. Okay. Ist jetzt nur noch eine Kunde. Aber bestimmt kann man nichts an der Rechtsbecherfläche. Aber die haben wir zuerst weg. Stör. Na, zuerst müssen die Hunde dran glauben. Ach du Scheiße. Ah, ich stecke fest. Verdammt. Mist. Sag nicht. So, stirb. Du auch. So, und jetzt kommen wir hier. Ach, da ist noch einer. So. Zombie. Stirb. Da ist noch einer gewesen. Nicht zertieren dran. Ja, tötet doch gegenseitig. Das gefällt mir. Ah, Mist. Jetzt kommen die Zombies und ich stecke wieder fest. Stirb. Ah, nicht noch einer. Oh, genau. Das brauche ich jetzt. Komm. Yay. Jetzt hört doch mal auf mit dem Scheiß. Ich bin fast tot. Ja, schön. So, noch ein paar einzelne. Ey, wieviel kommt denn da noch? Das Damage ist weg. Warte jetzt, wo der Typ da kommt. Ah, Scheiße. Ey, das war unfair, verdammt nochmal. Och, ne. So, dann erstmal diese Scheisshunde da. Mann, das war unfair, verdammt. Haben wir noch gar nicht die Bombe? Ja. Mann, es fällt mir jetzt auf. Aber egal. Einmal sterben ist keinmal. Ach. Ja, schön. So, wer ist jetzt dran? Ach, dann benutze ich die. Komm, rück mir von der Pelle. Schnauze. Schnauze. Na. Ich hoffe, dass ich gerade ein bisschen zurück bin. Aber ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Schnauze. Ach, das bleibt so nichts. Ey, wieso kommt der Schaden nicht? Oh Gott. Oh Gott. Oh, keine Ahnung, was das bringt. Oh Gott. Oh Gott. Du bist ein nervigen Zombiesey. Ja. Echter Schaden. Komm her. Genau, das brauche ich jetzt wirklich jeden Tag. Ja, los kommt hier, scheiss Dämon, nirgendswas. So, geht doch! Oh, warum nicht gleich so? Now, where will I find that Shaman? Haha, a fountain of wishes. Now, where do I put those coins? Ah, here's one. I wish, I wish, show me the way to the imprisoned Simba Shaman. Hm, ah, there he is. Ja, schöner Wunschbrun. Mhm, ja. Ja, naja. Hey! Leave that Shaman alone. We can do this the hard way, or my way. They are basically the same thing. Ja ja. Hat der da eine Stoffpuppe? Ach na ja, mich wundert gar nichts mehr in diesem Spiel, was ich bis jetzt gesehen habe. Tja, bei dem Schild Luckys gefangene Schamanen, glaube ich nicht, dass wir hier ein weißes Haus finden. Ach man. Der Schamanen ist genau vor uns. Da es ein Gefängnis ist, müssen noch mehr Gefangenen in der Nähe sein. Wenn wir sie befreien, helfen sie uns sicher. Sei vorsichtig. Ich wette, es gibt jede Menge Wachen da drin. Ja, das hoffe ich auch. Klebegeschnetzel. So, das sind die vier Pokerfreunde. Juhu! Thank God, UK. I've been waiting forever for that blondie guy to show up. See you in Sanemorial Arena. Don't be late. You must be there before sundown. I think I'll take a short cut. Bye bye. Ach, was für ein Arsch ist das denn? Nehmt eine Abkürzung, aber lässt mich hier alleine. Diesen Zombies. Zombie-Apokalypse. Ja, verdammt, das habe ich vermasselt. Zombie-Apokalypse. Zombie-Apokalypse. So, nein. Ach. So. Was ist das schon? Ne, ich höre noch einen. Irgendwo. Ach, wir werden hinter mir jetzt auch noch ein paar. Na schön, das haben wir mal nett heute, ausnahmsweise. Welchen Weg muss ich denn gehen? Ach, was ist das denn da? Was? Ob ich das tragen will? Ach naja, wenn man die Lebensanzeige anschaut, darf ich nicht wehderisch sein. Ähm. Ach, Alter, das ist ja jetzt zwischendurch. Ah, Munition. Schlüssel. Wer damit? So. So. So.